Hallo meine Lieben, ich begrüße euch. Heute sind wir bei unserem neuen YouTube-Kanal von Martin, dem YouTuber-Profi. Es ist ja wirklich nicht zu glauben, wie viele verschiedene Einstellungen so ein YouTuber hat. Das eigentliche Problem ist ja eigentlich nicht, dass man so überhaupt keine Pausen machen darf, sondern es ist, dass sich so ein YouTuber überhaupt keine Texte merken kann. Genau, und deswegen muss er auch ständig den Vortrag unterbrechen und nachschauen, was er eigentlich sagen wollte. Deswegen merkt man auch auf jedem professionellen YouTuber-Video, dass jeder Satz oder auch nur jeder halbe Satz komplett neue Kameraeinstellungen hat. Das sind Profis! Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann schenkt mir doch einen Daumen nach oben.